Wenn du einen Gast erwartest, wie bereitest du dich vor? Ach, ich bereite mich gar nicht vor. Gast wird von Gott geschickt. Gratis. Bei uns kriegt er jede Mahlzeit ohne Absprache. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, lasst uns Obst, Kante, Kuchen, Tee, Salzgemäss, und dann werde ich zwischen jedem Mal. Wir haben nur noch Füttern, Bietzow. Was ist mit geistiger Nahrung? Geistige Nahrung, dafür habe ich keine Zeit. Ich rede ein Narrativinisch los, die von Tüten. Erst wenn bei niemandem nicht mal ein Häppchen runtergeht. Und wenn die Augen beginnen aus ihren Hölzquellen, erst dann bist du als Gastgeberin glücklich. Nein. Aber Moment, ihr könnt doch nicht jetzt gehen. Ich habe doch eine Wassermelode schon in der Küche geschnitten. Türkische Volkermethoden sind ja ganz ausgefeilt. Oh, ihr habt doch gar nichts gegessen. Ich möchte es euch nicht. Da bin ich aber traurig. Oder habt ihr vorher Döner gegessen? Das hört mir die meisten schon aus. Echt? Ja, ihr habt euch ja ganz gut gesagt, ne? Ey, 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 Allah aşkına, yeh! Um Gottes Liebe, friss! Vallahi billahi küsserim, yeh! Bei Gott, ich schwöre, nie widerspreche ich ein Wort mit dir, friss! Wenn du das nicht frisst, dann mögest du meine Leiche küssen. Wie bist du denn? Oh, Gott! Wer glücklich. Ich bin im Keller definiert mit ihm. Nein, los sindinein. Vielen Dank.